Ah, da spürzt du irgendjemanden, der ekelhaft rein. Mann, er steht nicht auf! Ich bin hier in der Westen. An irgendeinem Huhn so und schubst mich aus dem Zug raus, wo ich drin liege. Ey, what the fuck? Ah! Mann! Er spawnt und blockt einfach! Das ist ein schmaler Gang hier. Und so ein Gelöts. Mann, ich blick das nicht. Überall sind diese snipenden... Fuck out. Just like your man likes it. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich konnte nicht wegrennen, weil zwei Typen hinter mir lagen. Ich hab mich übelst geblockt. WTF einfach nur. Mann, wieso stirbt der nicht mit der Spritze der Gegner? WTF einfach nur. Der lag auf deiner Leiche. Ich hab ihn direkt in die Arschritze gespritzt. Was ist denn das so schwer, dass der... Das zu wissen, wer der Gegner ist und wer nicht ist. Ich mein, die Uniformen sind doch schon... Distinktiv anders. Fuck sakes. 2A. Alter, ich krieg eh schon vom Teammate einen Schuss hinten in den fucking Kopf rein. Behindert... Trauend ist echt... Der eine ist abgestürzt im Backdown. Bist du bei mir? Die sind doch geradeaus durch den Zug... bei dem Zug. Da sind arrowskappt. Nu schon muss ich nicht das Brothers zeigen. Wir haben Ihr Spawned er all johls. Unverschämter. Ich kill ihn, er spawned trotzdem noch. Ja, das ist so ein fucking Spawnball. Wenn er einen killt, dann spawnen wir ihn schon wieder hin. Der spawnt nicht direkt bei mir. Ja, spawnt direkt einer vor mir. Ein Meter vor mir. Was zum Fick. Ja gut, waren schon 8 Meter. Aber trotzdem. Da ist er. Nehmt er schon wieder B? Nein, are you fucking serious? Es reviviert keinen Arsch. Oh nein, das ist so hart. Verliehen wir das Game jetzt wahrscheinlich nur weil sie einen Train haben, Alter. Train ist einfach so behindert. Wir haben auch keine Assaults mehr. Ich hab auch keinen Bock auf Assaults mehr. Oh, hallo. You got there a mosquito on your face. Let me take care of it, mate. Ach, Fick dich doch. Haufen Scheiße ist es, Alter. Wir können ja auch überall rumwohren. Es sind überall welche. Alter, jetzt werden die auch noch geneigt. Was ist denn das hier? Man, könnt ihr mal ihren Arsch nach A bewegen, Alter. Wir müssen uns nach A bewegenen sehen. Wir müssen uns nach A bewegenen sehen. Verlässren wir uns nach A bewegenen sehen. Dann werden wir uns mal hier. Wir müssen uns nach A bewegenen sehen. Wir müssen uns mal hier, müssen uns überlegen. Wir müssen uns auf das Bblnen sagen. Wir müssen uns aufhören. Untertitelung des ZDF, 2020